Informationstechnologien sind heute ein notwendiger Bestandteil von Unternehmen aller Branchen. Selbst kleine und mittlere Unternehmen besitzen eine hohe IT-Abhängigkeit. Aus der Nutzung des Internets und vernetzter Kommunikationsgeräte resultiert eine Vielzahl von Risiken für ihre Firmenkunden. Die Bedrohung durch Cyber-Risiken ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff Cyber? Cyber bezeichnet Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets oder von elektronischen Daten und Programmen. Um das Ganze einmal zu verdeutlichen, bearbeiten, betrügen, blockieren, kopieren, lesen, löschen, nutzen, speichern, stehlen, täuschen, verändern und zerstören. All diese Tätigkeiten können einen Cyberschaden verursachen. Das Cyber-Risiko stellt wegen der Vielfältigkeit der möglichen Gefahren und Angriffsziele eine unkalkulierbare Bedrohung dar. Und selbst die beste IT-Abteilung kann keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Ein Beispiel. Durch eine E-Mail wurde ein Virus in die Systeme eines Betriebs eingeschleust. Dieser führte zur Zerstörung der Daten auf dem Server. Das gesamte Netzwerk wurde heruntergefahren. Die IT war nicht mehr verfügbar. Als Folge des Systemzusammenbruchs konnte der Betrieb weder Material bestellen noch Aufträge disponieren oder Rechnungen erstellen. Die Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern war nur noch über private Mobiltelefone möglich. Durch den schnellen Einsatz der von R&V vermittelten Spezialisten konnten das Netzwerk und die Daten innerhalb von drei Tagen wiederhergestellt werden. Die R&V kam im Rahmen der Cyber-Risk-Versicherung für alle Kosten auf. Mit der Cyber-Risk-Versicherung der R&V sind Ihre Kunden umfassend gegen eine Vielzahl von Schadenursachen abgesichert. Ersetzt werden Eigen- und Drittschäden sowie Kosten. Der Versicherungsumfang umfasst Sachschäden sowie Vermögensschäden und ist optional um Personenschäden erweiterbar. Als Allgefahrendeckung ergänzt die R&V Cyber-Risk-Versicherung den bestehenden Versicherungsschutz Ihrer Firmenkunden und schließt dadurch Deckungslücken. Wichtige Highlights der R&V Cyber-Risk-Versicherung sind der Ersatz von Schäden durch Betriebsunterbrechung, der Ersatz von IT-Hardware, die Versicherung von Daten auf dienstlich genutzten Privatgeräten sowie die Versicherung von Personenschäden. Und das alles bei sehr niedrigen Selbstbeteiligungen. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Assistenzleistungen, die vor und im Versicherungsfall zur Verfügung stehen. Mit zahlreichen Möglichkeiten der Deckungserweiterung kann die Cyber-Risk-Versicherung an die individuelle Risikosituation Ihres Firmenkunden angepasst werden. Die Cyber-Risk-Versicherung der R&V bietet Ihren Kunden eine neue, spartenübergreifende Versicherungslösung für Schäden durch Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten. Sie ist der 16. Baustein der Unternehmenspolize oder als Individualvertrag abschließbar. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.